Damit herzlich willkommen bei mal wieder eine Runde Speedball 2 Brutal Deluxe. Ich habe es ja angedeutet beim jüngeren, jüngeren, jüngeren Bruder Speedball 2 HD. Vor ein paar Wochen in der Folge, dass wir uns hier auch mal eins der Originale vornehmen. Jetzt hat es den Weg hierher geschafft. 1990 erschienen und auf die Monitore des Atari ST geklatscht. Speedball 2 Brutal Deluxe von den Bitmap Brothers. Und ja, brechen wir hier mal ab. So sieht es aus, das Main Theme. Leider vermute ich, dass ich die Aufnahme nachher mit zwei schwarzen Balken links und rechts habe. Das kann ich leider nicht verhindern, auch wie schön der Sound ist. Ja, wir machen ein schnelles Spiel, eine schnelle Runde Knockout. Ja, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut schon wieder, weil das alles so die Kindheit wieder zurückholt. Schon allein die Sounds. Und eben die Grafik. Schaut euch das Männchen an, wie geil das früher war. Da warst du voll drin in der Welt. Ja, man kann sich hier zum Beispiel die Defense, den Brustpanzer oder Speed, die Beine, das kann man sich alles hier mit den 180 Credits, die wir hier oben haben, aufrüsten. Im Spiel kann man Münzen sammeln, damit man dann das später wieder aktualisieren kann hin und her. Wir machen aber die schnelle Variante. Wir klicken auf All. Uns wird alles ein bisschen aufgerüstet. Denn wir wollen ja eine schnelle Runde spielen. Escape und dann kann es auch losgehen. Wir sind schon in der Arena, spielen von unten nach oben für das blaue Team. Und da haben wir gleich mal den Ball gecashed. Und begeben uns Richtung Boden. Mit der Schnauze voran. Ja, Speedball. Das ist noch Speedball. Und man sieht schon den Unterschied zum, wenn ihr euch mal das andere Video von mir anschaut, das ist Speedball 2 HD. Das ist natürlich ein bisschen softy gegen das hier. Das, oh, falsche Richtung. Das ist wirklich Speedball-Feeling hier. Und wir schlagen gegen den Bumper. Das gibt schnelle zwei Punkte. So, ein paar Coins. Die, wo ich erzählt hatte, wo man einsammeln kann. Und da haben wir das erste Goal. Und ich bin echt froh, dass es so schnell ging. Weil normalerweise dauert das bei mir immer ein bisschen. Wenn ich überhaupt einen Punkt kriege. So, wir spielen für das Team Brutal Deluxe. Gegen das Team Revolver. Ei, 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 ei. Wo sind denn meine ganzen Mannequins hier? Da. Da ist einer. So, wir probieren auch mal die Extrapunkte ein bisschen einzusammeln. Wir haben hier zum Beispiel diesen... Oh, das war ein Pass. Sorry, sorry, sorry. Und zwar ein langer, beschissener Pass. Ich wollte eigentlich in den Multiplikator rein spielen, der sich an den Map end... Ah, und das war auch der Fehler, an den Map-Seiten befindet. Den zeige ich euch aber gleich nochmal. So, da dauert es kurz, bis Team Revolver sich wieder aufgestellt hat. Und wir gehen wieder in die Vollen. Komm, 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 komm. So. Kurzer Pass. Schuss. Ah. Das Beste ist, den Torwart immer irgendwie umzuholzen vorher. Plus ist leider nicht immer möglich. Au, au, au. Es steht 12 zu ziehen. 12 zu ziehen. Fürs Team Poodle Deluxe. Und Halbzeit. Wir spielen jetzt von oben nach unten. Eine Halbzeit, 90 Sekunden. Ja. Das geht schnell. Wie das ganze Spiel eben. Und da haben wir den Ball. Und da haben wir den Ball verloren. Und da haben wir Nieder gemacht. Man sollte auch immer schön versuchen, die anderen... Eigentor. Jetzt war ich noch im Wahn, dass wir immer noch die andere Seite bespielen. Macht Dix. Wir haben noch 82 Sekunden. Man sollte die anderen auf jeden Fall immer umholzen. Nicht nur, um an den Ball zu kommen. Sondern eben auch. Um vielleicht mal ein K.O. zu erzwingen. Schlägt man einem Spieler nämlich wirklich K.O. Dann kommen die mit der Trage rein. Transportieren den ab. Und das sind weitere 10 Punkte für uns. Also wie ein Goal. Oder 15. Ah, ich muss jetzt lügen. Ich glaube 10. So, jetzt haben sie einen Stern aktiviert. Kriegen dafür Punkte. Und führen jetzt schon mit gigantischen 22 zu 12. Ich sehe hier irgendwie keine Sonne heute. Aber wir probieren es natürlich trotzdem weiter. Wir probieren es... Trotzdem weiter. Wupp. Man kann sogar noch hochspringen. Ich glaube bei dem Speedball 2 HD gibt es die Option nicht. So. Rückpass. Und wieder nach vorne. Und in den Lauf. Ah, je, 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 je. Wie geil das wäre, wenn es einen Sport wirklich geben würde. Aber. Das sind wir ja heutzutage viel zu soft. Das war unsere Chance eigentlich. Das war unsere Chance. Und 17 Sekunden noch. Da können wir nicht mehr viel reißen. Ja, das war blöd mit dem Eigentor. Das war wirklich blöd. Probiert das Spiel mal aus. Das wird euch nicht passieren. Das liegt an mir. Meine exzellenten Spielkunst. Also wir machen noch schnell zwei Punkte. Und nochmal. Ui, ui, ui. Matchover. 16 zu 22. Haben wir verloren gegen das Team Revolver. Und da wird nochmal schön aufgestellt. Oh. Score. 16 zu 22. A win for Revolver. Und da sieht man, wie betrübt unsere Spiele sind. Game over. Eine schnelle Runde. Speedball 2. Brutal Deluxe. Und ja. Mal schauen. Werde bestimmt demnächst mal wieder spielen. Das geht so zwischendurch. Das macht Spaß. Das macht Freude. Und ja. Bis dahin wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.